Faenza, eine jahrtausendealte Stadt in der Nähe von Bologna. Nur circa 50.000 Menschen leben hier, aber der Ort ist berühmt für seine traditionsreiche Keramikproduktion. Mit dem Töpfern für den Hausgebrauch fing hier schon im ersten Jahrhundert nach Christus alles an. In einem traditionsreichen Viertel hat Luigi Zaccarini sein Restaurant eröffnet. Das Zingaro befindet sich im ehemaligen Palast des alten Adelsgeschlechts der Fergniani. Typisch für Faenza die Passatelli, eine einfache Nudelsuppe mit Parmesan. Das ist ein Essen für alle vier Jahreszeiten. Man kann es das ganze Jahr kochen, aber im Winter ist es besonders beliebt. Es stammt noch aus Kriegszeiten, als man nicht einfach in Ruhe mit seiner Frau einkaufen gehen konnte. Ein reichhaltiges Gericht, das man gerade am Jahresende und am Karneval viel gegessen hat. In der Küche des Zingaro arbeitet seit einigen Jahren ein Koch aus Ägypten. Passatelli für eine Person? Ganz einfach. Wir brauchen 50 Gramm gebröseltes Brot oder Paniermehl, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Grana Padano, ein Ei und etwas Salz. Jetzt vermischen wir alles. Ohibre Raduame formt die Zutaten zu einer Kugel. Gewöhnlich wird sie 15 Minuten kühl gelagert. Dann presst er die Masse durch das passende Sieb, die Passatelli im Rohzustand. In einer Gemüse- oder Hühnerbrühe werden die für das Städtchen Faenza typischen Nudeln anschließend vier Minuten gekocht. Quattro Minuten. Ein Gericht, das durch den Käse einen würzigen Geschmack erhält. Der Wein, der am besten zu den Passatelli passt, ist der Sangiovese aus der Region. Ein ebenso einfaches wie schmackhaftes Gericht aus der Emilia-Romagna. Ihr Paper aussieht. Der